Jetzt ist noch ein Spatzdorf. Vorher war noch ein anderer Vogel hier. Ich bin gerade in Engelberg angekommen. Wir sind einfach über dem schönen Wetter. Da ist die Luft im Geissen. Dort oben ist ein ganzer Vogelschwan. Ich weiss auch nicht, ob er es sieht. Dort ist er. Ich bin gerade ein paar Falscher. Wir sind am 27. Februar 2022. Jetzt müssen wir die Leute aufnehmen. Manchmal hat es keine Leute genommen. Mit ihm, месте die Leute nah Gateway moment. Ich kenne meinen Räumen. Anfaliang wird die Leitungen aufhalten. Vielen Dank.